Hallo, hallo, my love! Die ganze Zeit, ja, sitze ich in der Bude und singe Karaoke und jetzt mache ich mal einen kleinen Spaziergang und jetzt fängt es an zu regnen. Die ganze Zeit war die Sonnenschein. Ich hoffe, es regnet nicht. So, nur ein paar Tröpfchen, aber guck mal, wie toll das Wetter ist. Ich meine, das Wasser, ich war schon ewig lang nicht mehr hier am Fluss entlang, ja. Ewigkeit, seit Corona. Und jetzt bin ich mal wieder am Strand, ja. Nicht am Strand, am Fluss, meine ich. Es tut wieder gut, die Menschen hier auf die Straße zu sehen. Ich meine, hier, wie schön, wie ruhig das Wasser ist. Wunderschön hier. Ja, sowas mag ich voll. Ja, schon schön ist. So, Natur, ja. Wunderschön. Okay, ich zeige euch mal nur ein bisschen den Fluss, weil ich ein bisschen spazieren gehe, ja. Also, ich soll auch mal rausgehen, nicht immer in der Bude sitzen und Game spielen, ja. Ab und zu mal an die frische Luft gehen, ja. Jungs und Mädels, das tut gut, ja. Okay, bye-bye. See you next video. Bye-bye.